Hallo Leute, heute ist wieder ein Unboxing-Time mit euer PiliBones und heute bringe ich euch mal was ganz Neues, anderes mit auf meinem Kanal. Und zwar habe ich hier das Comic von Adobe Kid, Geschichten aus der Hood. Und das kommt hier in eine sehr schöne Box, die zeige ich euch mal ganz kurz. Hier von der Seite und von hinten. Und es hat so einen Pappschuber drum und der Pappschuber sieht so aus, hier steht dann Geschichten aus der Hood drauf. Denn es steht hier Adobe Kid Comics drauf, Heft 01 und das ist die Premium Box oder Premium Edition. Und dann seht ihr hier das Bild und den Pappschuber mache ich mal ab. Den packe ich mal hier weg und dann seht ihr hier, das ist die Box. Hier steht dann Adobe Kid Comics drauf und ja, die ist dann komplett schwarz. Und jetzt mache ich sie mal auf und zeige euch den Inhalt. So. Da haben wir jetzt einmal ein paar Papers. Ja. Ja. So sehen die aus. Genau. Dann haben wir hier so ein, weiß ich nicht was das ist. Das müsst ihr mir mal sagen, wenn ihr das wisst was das ist. Ich habe leider keine Ahnung, was das darstellen soll. Ähm, kenne ich mich nicht aus. Das lege ich mal hier hin. Und dann habe ich hier einen Aufkleber. Hier steht dann Adobe Kid Comics drauf. Ja. Sehr nice. Dann habe ich hier einen Aufkleber der Geschichten aus der Hood. Aufkleber. Und mit einem Polizeihelm. Und der das, wie er das auch erkennt, das ist angelehnt an den Film. Äh, Full Metal Jacket. Auch ein sehr nicer Aufkleber. Und dann haben wir hier noch ein, Geschichten aus der Hood Aufkleber mit dem Polizeiwagen. Ja, so sieht der aus. Und noch einen schwarzen mit gelber Schrift. Und auch Geschichten aus der Hood Aufkleber rund. Und ja, auch sehr nice. Und bei den Aufkleber muss ich sagen, leider wieder zu wenig. Also ich hätte wirklich bei Aufkleber bin ich immer begeistert, wenn es drei, vier gibt's. Na gut. Hier haben wir dann jetzt nur einen Aufkleber jeweils. Aber trotzdem ein ganz nice Aufkleber. Sehen sehr cool aus. Äh, und ja. So. Und dann haben wir hier noch ein T-Shirt mit dabei. Das T-Shirt zeige ich jetzt als nächstes. Aber zeige ich jetzt mal noch, was hier noch ist. Wir haben hier noch ein Poster. Das Poster zeige ich euch mal. So. Sieht das Poster aus. Und das haben wir ja eben schon gesehen. Das ist das Poster, was hier auch als Aufkleber bei ist. Also, mit dem Polizeihelm und Geschichten aus der Hood steht dann drauf. Und ganz weiß. Und halt wieder diese Anlehnung an den Film-Fullmittel-Jacket. Wenn ihr den kennt. So, das packe ich mal hier hin. Und dann haben wir jeweils zwei Comics drin. Ja. Einmal die Standard Version. Und einmal die Premium Ausgabe. Das Variant Cover. Und bei dem Variant Cover haben wir hier noch ein Autogramm von Adobe Kit drauf. Und das zeige ich euch mal ganz kurz. Ne. Ich zeige euch mal das Standard Dings. Die sehen beide gleich aus. Ich zeige mal das Standard Heft. Weil ich möchte das nicht so oft benutzen. Das ist Variant Cover. Das lege ich mal lieber hier hin. Das Standard Heft ist das gleiche wie das Variant Cover. Das hat halt. Sieht genauso gleich aus. Nur das Cover ist anders. Und ja. So sieht es dann von vorne aus. Und so von hinten. Und jetzt zeige ich euch das mal hier. Wenn man das aufmacht. Ja. Zeige ich euch mal. Hier ist dann die Einleitung. Welche Charakter da mitmachen. In den Comic zu sehen sind. Und ja. Ich finde es ziemlich nice gezeichnet. Das sieht auch alles cool aus. Ja. Jetzt könnt ihr ja sehen. So sieht das denn aus. Und ja. Ähm. Das Heft hat jetzt glaube ich 32 Seiten. Ist ein. Kleines Comic. Also ne. Was heißt klein. Also es ist auf jeden Fall 32 Seiten ist das. Und es ist das erste Comic was Adobe Kid gemacht hat. Er hat ja. Ja. Wie ja einige bestimmt wissen. Auch für den einen oder anderen Rapper ja schon. Ein Comic gemacht. Und. Ähm. Wer mit dem Adobe Kid nichts anfangen kann. Wollte ich noch erzählen. Der ist ja auch dafür verantwortlich. Für das ein oder andere ähm. Rap Cover. Und er macht auch ganz viele Designs und Logos. Also. Der ist da ganz mit dabei. Fast jeder Rapper hat sein Logo von Adobe Kid. Oder sein Cover Design. Und jetzt ist er. Hat er angefangen Comics zu machen. Und ja. Und ich finde auch sehr schön. Das ist ein sehr schönes Comic. Sieht sehr gut aus. Sehr schön gezeichnet. Mir gefällt es sehr. Und ihr wisst ja auch. Ich mag auch Comics. Ich lese ganz gerne mal Comics. Die Leute die mich bei Instagram verfolgen. Haben es ja schon gesehen. Dass ich ganz gerne mal Comics lese. Und ja. Es ist auf jeden Fall. Sehr nice. Das ganze. Und ja. Ähm. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz das T-Shirt. Ach. Hier ist dann noch so ein Papel drin. Steht dann wieder Adobe Kid Comics drin. Und ja. Sehr schön. Ja. Und jetzt zeige ich euch nochmal. So sehen die dann beide aus. Standard Version. Und die Premium Version. Ja. Die fange ich dann mal wieder rein. Und das ist beides identisch. Und dann gab es noch eine Hardcover Version. Die habe ich mir nicht gekauft. Die gibt es aber noch. Aber die war sehr schnell ausverkauft. Habe ich gesehen. Fange ich mal ganz kurz zur Seite. Ähm. Und zeige ich euch das T-Shirt mal. Das Hardcover sah noch ein bisschen besser aus als das. Als die. Aber wie gesagt. War sehr schnell weg. Ausverkauft. Und ich bin auch kein so Hardcover Fan. Aber. So eine Comics. So. Mag ich gerne. Also Softcovers. Na es ist hier gar nicht. Es ist gar kein Dings. Ähm. Da muss ich mal ganz kurz mal. So reingreifen. Dann zeige ich euch mal das. T-Shirt. So. Dann haben wir hier ein ganz weißes T-Shirt. Es ist L. Ja. Auch sehr schön. Ups. So. Und dann seht ihr hier ist dann wieder das. Was wir auch als Aufkleber gesehen haben. Hier ist dann Polizeiauto. Und hier steht dann Geschichten aus der Hood drauf. Der Druck ist. Ähm. Sehr nice. Ist jetzt zwar so leicht rau. Aber auch ein sehr guter. Also das ist ein wirklich guter Druck. Das merke ich. Ist jetzt leicht rau. Ist nicht dieser ganz raue Druck. Der so standardmäßig ist. Sondern etwas sanfter. Würde ich meinen. Und ja. Sieht sehr nice aus. Ach. Und dann haben wir hinten. Muss ich. Wollte ich euch auch noch zeigen. Hinten ist dann auch noch gedruckt. Und da steht hier Adobe Kid Comics drauf. Ja. So. Und. Dann packe ich das mal zur Seite. Ja. Und dann. Das alles haben wir in der Box. Also wir haben Poster. Wir haben hier. Drei. Ne. Vier Aufkleber. Drinnen. Zwei Comics. So. Weiß ich nicht was das ist. Und. Ähm. Papers. Wenn ihr das wisst was das ist. Schreibt bitte in die Kommentare. Damit ich auch weiß was das ist. Weiß das leider nicht. Und. Da steht jetzt auch nichts drauf. Und ja. Das alles habe ich. Weiß ich jetzt nicht. 30 oder. Ne. Das waren. 44 Euro. Habe ich dafür bezahlt. Aber mit Versand. Und ja. Eigentlich ein ganz schönes Ding. Ich habe vorher nicht gedacht. Dass es in so eine schöne Box kommt. Aber. Ähm. Ist auch mal schön. Ich habe eigentlich gedacht. Dass es nur in so eine Tüte drin ist. Also in ein Versandpaket. Aber so kam es in der Box. Und. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ich weiß nicht mehr. Ob es diese Comics noch gibt. Ob man die noch kaufen kann. Aber. Wenn ihr. Ähm. Comic Fan seid. Oder Comics cool findet. Gibt den. Ähm. Adobe Kit ein bisschen Geld. Kauft seinen Comics. Die sind sehr cool. Die sind sehr schön designt. Ihr habt es ja gesehen. Hat auch eine schöne Box. Das T-Shirt ist sehr schön. Die Aufkleber sind cool. Wie gesagt. Er hat es verdient. Er ist ein cooler Typ. Er hat coole Designs. Macht ja. Die Comics sehen cool aus. Und. Ich. Bin fertig mit der Box. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und. Ciao. So. Und jetzt zum Schluss. Wollte ich noch ein ganz kleines Gewinnspiel starten. Und zwar. Habe ich mir jetzt überlegt. Zwei T-Shirts zu verlosen. Und. Ein Tanktop. Einmal das Milfanta T-Shirt. Und. Dann. Das Geschichten aus der Hood T-Shirt. Von Adobe Kit. Und. Das T-Shirt von JBG3. Von Fahrrad und. Mit Kollegen. Das Tanktop. Und. Was ihr dafür tun müsst. Ist ganz einfach. Und zwar. Habe ich hier. Für das Tanktop. Hier zum Beispiel. Für das JBG3 Tanktop. Habe ich mir überlegt. Das ihr in meinen Kommentare. Einfach. Ähm. Kommentare hinterlassen könnt. Mit dem Hashtag. JBG3. Und. Dann. Oder JBG. Je nachdem. Und. Dann tut ihr. Einfach eine. Eine Line. Oder. Also eine Punchline. Reinschreiben. Die euch am besten gefällt. Bei JBG3. Und. Dann könnt ihr. Das JBG3 Tanktop gewinnen. Und. Hier bei Milfanta. Ist das jetzt das Milfanta T-Shirt? Nein. Ähm. Bei Milfanta T-Shirt. Habe ich mir jetzt überlegt. Wenn das jemand haben möchte. Dann schreibt ihr. Milfanta. Runter. Oder so. Oder Elgir. Und dann schreibt ihr dazu noch. Wäre schön. Wenn ihr das machen würdet. Eine. Coole Line. Die euch am besten. Bei Elgir gefallen hat. Eine Line. Die euch gefallen hat. Ähm. Schreibt das einfach dazu. Und dann Hashtag. Elgir. Oder Milfanta. Damit ich das sehe. Und dann suche ich einen davon aus. Und hier. Ich weiß jetzt zwar nicht. Ob das zu schwer ist. Aber. Hier hätte ich ganz gerne. Wenn ihr mir. Ähm. Zu den. Geschichten aus der Hood. Wenn ihr da ein. Adobe Kit Logo. Also. Wenn ihr schreiben würdet. Welches Adobe Kit Logo. Euch am besten gefallen hat. Oder am besten gefällt. Oder welches Cover Design. Von Adobe Kit. Euch besser gefällt. Oder am besten gefällt. Und dennoch. Ähm. Wenn ihr das Hashtag. Das Hashtag Adobe Kit. Reinschreibt. Geschichten. Aus der Hood. Als. Ähm. Hashtag. Reinschreibt. Das. Dann könnt ihr. Jeweils. Ein T-Shirt. Gewinnen. Also. Eine Person. Kann. Ein T-Shirt. Gewinnen. Und. Einen Tanktop. Also. Insgesamt. Drei. Leute. Können. Gewinnen. Und. Ja. Ich. Weiß. Jetzt. Noch. Nicht. Genau. Wie ich. Das. Dann. Auslose. Also. Ob ich. Dann. Die. 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 Der. Video. Oder. Einfach. Nur. Anschreibe. Auf. Jedenfall. Will. Ich. Die. 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 Die.